So, tach ihr Nasenbären, jetzt Willkommen zu unserem Convoi. Ey, ich mach dir das dann sobald ein Ding ist, weil ich muss eh zwei Stunden das Spiel spielen. Machst du ja gleich, wenn der Convoi vorbei ist dann, ok? So, ja. Achso, jetzt fährt Alex. Ich kann meine Kanzlerin sehen, aber bei mir ist voll ein Ding so ein Fenster auf. Achso, ich trottel. Maximus, du kannst vorbei. Ja, weiß ich schon. Ich komme nach München zu Karaden, fahre ich dann entgegen, weil ich... Sorry. Achso, sieben, sieben. Also ihr fahrt nach Nürnberg weg, ist das richtig? Ja, Willi, du kannst nicht geradeaus fahren. Hallo, ihr fahrt nach Nürnberg weg, richtig? Ja. Willi, du kannst geradeaus fahren und dann kriegst du halt ab. Sorry. Ey, du kannst echt gut eigentlich das nicht fahren. Ja. Sorry, sorry, nein, sorry, sorry, draußen fahren. Na Leute, ihr seht, wir fahren jetzt hier los aus Nürnberg. Echt? Weil ich, äh, leider wieder mal verspätestens von Wolgi gekommen bin. Weil ihr wohl wisst, dass ich morgens schon Internet habe. Und daher morgens dann das Problem habe, dass ich ständig so komisch kann. Dieses Mal hat mich wieder der Geldweis, der ich das jetzt machen lassen. Ja, dann werde ich, ähm, da werde ich auf jeden Fall das nächste Mal wieder auf jeden Fall dabei sein, BZW. Wenn ihr nur freichert, KBCD auf meinem Laptop dann ist, mach ich mit ihm halt dann mal, äh, nächstes Mal ein Video dann. Ja. Und daher muss ich, äh, äh... Ich will jetzt mal wissen, wer das da vorne ist. Ja, mach doch mal. Ähm, also ich wurde, ich hatte zwei Wärze und wurde aber weiter... Boah, ich hab keine Ahnung. Boah, Alter, lass mal da hinten rein. Boah, 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 boah. Ey, der eine warst ab, äh, der, äh, Renoloa 43127, ne? Ja. Der hat genau die Lackierung, was wir beim Heinloth haben, hehehe. Bei meiner Späti 10, wo ich in echt bin. Der ist in unserer Gruppe, wenn wir noch nie mitgefahren. Achso, ja, weil der hat die Gruppe, äh, die Lackierung von uns. Und er muss nicht essen, da warst du zu Ende. Wo sei denn ungefähr? Bei welcher tagen wir, glaube ich, oder was? So. Achso, Alter, ich mach nicht fast. Das Glück, ey, was? Ähm, warum mach nicht? Wow, der erste Mann ist nicht, äh, der... Die haben mich abgeholt. Absolut. Heißt das, wir müssen in München keine Stoppe machen, oder? Komm, fahr ich jetzt. Hier, äh... Ja, du musst vor Maximus, du musst dir einfach abstranden. Alter, Alter, Alter. Nein, da müssen wir nicht. Gut, ist perfekt. So, dann scheiden wir mal. Gut, dann fahr ich zweit, äh, auf dem Standstreifen. Aber in diesem Kolor? Hä? Können wir über die Stelle fahren? Jetzt fahr'n wir 50 und dann fahr'n wir 17. Und fahr'n jetzt, äh, äh, hier Standstreifen und wir haben Linker entgegen. See. Danga, bara ist das so umkur, auf dem Ses? Það dash. nennt das gecraft? Sie kriegen zu dir? Es war Discover ein ganzes Kursar hier wie der Nyg Ashjala. Ein Roboter? Was? Ähm... Nein, hört er sich nicht an. Sag mal mir. Ja, bei dir vielleicht. Kannst du? Ähm, die Lackierung, die du hast, ne? Ja. Ähm, die müsste ein bisschen oben und unten auch ein bisschen dunkler. Was? Hä? Das ist geschaltet. So, und da geht ihm endlich das noch zeigen. Da war grad Zwergtube. Wo, wo gehst du? Auf der Autobahn oder normal? Auf der Autobahn. Da war grad Zwergtube. Da war grad Zwergtube. Genau, das seh ich auch so. Ja, Mann, ey. Sorry, passiert doch auch nix. Ich war zu nah dran, sorry. Da hab ich den nicht gesehen. Ja, ein solches Prozent, aber das fand ich eigentlich. Das ist wirklich spannend. Nein! So, Leute. Ja, ich werd ihm das dann auf jeden Fall danach machen, soweit er kommt und fertig ist. Das ist meine Mutter auf meine Mutter. Lass das mir nicht ganz so groß ist. Das ist natürlich der Vorteil. Wir können schneller fahren. Ähm. Ähm. Wer ist hinter mir? Äh, wenn du der, ähm. Ähm. Äh, 120-20 bist, bin's ich. Guck. Ah. Ja, und wenn du das nächste Mal lackieren fährst, dann, ähm, vielleicht oben und unten noch ein bisschen dunkler, dann wird es die Lackierung perfekt. Was? Was? Ja, du hast die Lackierung, hast die, äh, blau, roh, blau. Okay, okay, ja. Rot, soll ich schwarz machen? Ähm. Oben und unten das blaue hier wird's noch ein bisschen dunkler. Oh, ich dachte, ich dachte, das ist... Oh. Ja, äh. Ich glaube, das ist wegen der Sonne so, weil das Wolken etwas dunkler aussah. Ja, warte, lass mich mal neben dich. Stimmt, hast recht. Passt so, ich bin jetzt neben dir, Gwiesler, das ist dunkler, ja, stimmt. Oh. Rausgetappt. Äh, ab so Gitarre. Oh. Ah, du bist hier, ab so. So, Leute. Ja, du, wir müssen ja bis zur nächsten anfangen. War natürlich schön. Ja, ich auch. Zackig. Oh, leck. Oh, alter. Hast du schon umgedreht? Ja, ja, ich drehe jetzt auch. Stau direkt hinter der Kurve, lol. Stau? Stau? Jetzt werden wir natürlich wieder neu beschleunen. Die Flagge ist voll auf meinem Pult, Mann. Die Internet nimmer runter. So, ey. Sorry. Was macht denn der da vor mir, alter? Ja, hier ist der Pult, ey. Äh, ja. Das heißt, ich muss den Maul halten und zusammenstehen. So, der eine gehört nicht zu uns. Wo, 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 wo. Wo, 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 wo. Wo, 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 wo. Alex, wenn du den, ähm, wenn du den, ähm, reporten willst, ich hab Video, wie der dich, ähm, in Trailerneis fährt. Äh, ich bleib als erst mal, ne? Ich bleib als erst mal, ne? Äh, wach 7. Hm. Okay, also wach 7. Die Ausfahrt sperrst du ab, dann fahr ich, ähm, unter. Genau, genau. Äh, Alex? Ja? Willst du den reporten, weil der ist in einen Hänger reingefahren worden? Äh, nein. Weil wenn ja, dann, ich hab Video. Also, du brauch Video, aber ich hab's gesehen. Oh. Der blickst du auf, oder? Ja, ja. Freilich. Wie lange bin ich jetzt schon mit dabei? Uh. Seit Nürnberg. Hä? Seit Nürnberg? Seit Nürnberg? Seit Erfurt. Na, hallo, Zwergtube. Der ist uns grad vorne entgegengekommen, der Zwerg. Da hab ich dich so überholen, Uso. Danke, Werner. Okay, dann musst du kurz ein bisschen nachdenken. Äh. Was war das für ein Freilich, habt ihr das gerade gehört? Wie so ein kleines Mädchen. Äh, 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 äh. Äh, 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 ähh, äh, 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 äh. Der ist schief hier rechts. Äh, 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 äh. Die schwitze. Willi, wo ist die Stahl? Die Stahl, breit, stopp. Hollabwohnen, Ortsmitte. Nee, ähm, München nicht, oder? Nein, München nicht. Es gibt gerade drei, wir brauchen keine Instrucks, fahren wir jetzt durch, komm. Außer die wollen, komm, das schaffen wir. Willi, sag bitte mal, wenn du an der Tange vorbei bist, du bist schon da. Oh, ich bin ja. Bist du gerade schon an der Tange vorbei? Ey, der Troll langweilig, langsamer, man. Ja, komm, alles gut. Ja, ja, ich stehe hier. Ausfahrt, oder? Nee, äh, Ausfahrt, ne? Oder? Äh, Ausfahrt? Ja. Jetzt. Ey, Alex, wenn du uns jetzt nochmal trollt, dann report ich den, feiner. Oh, Gitarre ist wieder da. Ach, nö, Alter, wie geht der Wochen? Ja, Leute. Ja, ich hab jetzt einmal hier schön zügig am Gitarre vorbeigezogen. Schön eng an ihm vorbei. Gitarre, ich stehe an der zweiten Aussprache. Ja, ja, an der nächsten, oder? An der nächsten halt. Ja, ja, ich falle auch los. Was denn, Willi? Gitarre? Was denn, Willi? Besitzt du eine Gitarre? Ja. Ach. Nein, er besitzt nicht nur eine, sondern drei. Das heißt E-Gitarre, Bass-Gitarre und Akustik-Gitarre, du Drohlof. Du, du, ich klammer Urlaub. Hallo, bin ich zwölf Tage wieder zu Hause. Hoffe, du freust dich auf Wiedersehen. Ich hab zurückgeschrieben, oh nee. Was? Ronny. Ich schreibe Ronny zurück. Warte. Ey, was ist das? Ronny. So. Warte, Ronny. Das ist... So, Leute, jetzt hat's von mir ist doch schön. Jede Frage hat jede Antwort. Nein. Wenn er schreibt jetzt, freust du mich, Frage zu haben, schreibe ich auf ihn Ronny. Schreibt jetzt zurück. Ja. Ja, Leute, ich freue mich für das Zuschauen bei diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, es hat euch auch wieder rein. Wenn ihr neu seid, lasst bitte ein Abo da. Danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. zuüss. Und ich... four could mich schön.